Hallo, Markus von Watercraft hier. Der Sommer steht vor der Türe und viele Leute fragen mich, welche Sorte sie jetzt bei steigenden Wassertemperaturen angeln sollen. Für mich ganz klar die Platymeri, denn jetzt spielt sie ihre Trümpfe aus. So, ich breche euch mal den Beulie auf und schon verströmt dieser diesen wunderbaren Monsterclaparoma herrlich. Der Mix ist halb grob abgerollt, schöne Struktur, sehr dunkler Beulie, bedingt durch das Fischmehl und das Blutmehl, was hier auch ein bisschen zum Einsatz kommt. Dann ist dieser natürlich auch mit Frischei produziert, wie alle anderen Sorten auch, und klarerweise auch schonend gedämpft. Passend zum Sommer haben wir jetzt für euch eine Mega-Aktion vorbereitet. Und zwar, solange der Vorderd reicht, gibt es eine 2 plus 1 Gratis-Aktion auf die gesamte Pro-Range. Wichtig, diese Aktion gilt natürlich auch für alle anderen Sorten der Pro-Range. Zur Platymeri auch Sweetgirl, Banana Joe, Vampires Nightmare und Natalsea. Also, du möchtest die Aktion nicht verpassen, dann klicke jetzt auf den Link, dann kommst du direkt zu uns in den Online-Shop rein, wähle eine deiner gewünschten Sorten aus und profitiere von unserer 2 plus 1 Gratis-Aktion. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis dann, euer Markus. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017